Was hältst du davon, wenn du mir auf WhatsApp ein Bild von dir schickst? Yo, was geht, was geht, Badana Gang? Heute wird es richtig krass. Denn ich spiele zusammen mit Lumex, wenn ich du wäre, in Fortnite. Jeder von uns hat drei heftige Bestrafungen aufgeschrieben. Ich kenne seine nicht, aber er kennt meine auch nicht. Ich kann euch nur so viel verraten, das Ganze wird ziemlich lecker werden. Du darfst auf gar keinen Fall die Bestrafungen verpassen, deswegen schau unbedingt bis zum Schluss. Lass ein Like da, wenn dir das Ganze gefallen hat, abonniere den Kanal und check gerne Lumex ab. Achso, und Creator-Code-Praxis-Y-T nicht vergessen. So, Lumi, ich hoffe, du bist bereit. Ich kenne deine krassen Aufgaben noch nicht. Ich deine auch nicht, aber ich weiß, ich werde dich zerstören, Junge, so ein Ding ist das. Okay, okay, okay. Ja, ich würde sagen, dass du Gast bist. Nennst du die erste Fortnite-Challenge? Also, ich glaube, meine Fortnite-Challenge wird lauten, wer zuletzt diese Brutal-Bastion verlässt. Ich glaube, das ist eine geile Challenge, oder? Also, wer da zuerst stirbt, richtig? Äh, ja, genau. Also, ich darf sie einfach nicht verlassen. Du darfst sie nicht verlassen, wer quasi am längsten überlebt. Oh mein Gott, Freunde. Der ist der Gewinner, genau. Das wird krass. Ganz wichtig, Freunde, der Verlierer dieser Runde muss die Aufgabe von dem anderen dann vollenden. Das ist krass. Hast du krasse Aufgaben, sei ehrlich? Also, ich kenne deine noch nicht, aber ich glaube schon, dass ich dich aufsehen werde. Ich glaube schon. Okay, sag mir nur eine, eine. Ich soll jetzt schon eine spoilern. Okay, nein, spoilerlich, spoilerlich. Oh mein Gott, spoilerlich. Nein, spoilerlich, nein. Hast du schon Hunger, sei mal ehrlich? Warum? Nein, chill mal jetzt. Ey, mach jetzt nicht so, was für Hunger. Hast du Hunger oder hast du keinen Hunger? Ich habe keinen Hunger, chill mal. Oh mein Gott. Ich bin tot, aber wir sind Gegner, Hilfe. Das heißt, du hast dich als letzter verlassen, wenn du stirbst. Warte, ich ruhe in mir. Ich bin tot. Lumi, hilf mir, bitte. Chill. Ich habe Fallschaden bekommen. Ich habe ihn, ich bin der Beste. Hinter mir ist noch einer, Hilfe. Hilf mir. Ich weiß, wie viele AP ich habe. Ich bin tot. Ich bin mehr tot. Ich kann dir nicht helfen. Doch, du musst aber helfen. Ich muss gar nichts. Du musst. Okay, ich muss doch nicht helfen. Chill, du musst doch nicht helfen. Ausnahmsweise musst du nicht helfen. Oh, ich muss toll werden. Du bist gleich tot, du bist gleich tot. Ja, ja, komm schon, bitte. Red Kid. Egal, 14 AP, ich gönne mir trotzdem. Ich muss voll werden. Oh mein Gott, hallo. Slurper gibt ja gar nichts, Mann. Junge, komm schon. Ey, ich sage dir ehrlich, ich bin gerade voll am Tryharden hier. Oh mein Gott. Ich bin am Campen, wie ein Weltmeister. Ich bin tot. Ah, er ist One-Shot. Ja. Gönn ihn dir. Nein, nein. Oh mein Gott. Nein. Nein. Du hast gesagt, du bist One. Ich dachte, es geht los. Oh mein Gott, ich habe gewonnen. Ja. Egal, ich mache die Runde noch. Ich mache die Runde noch für dich. Du musst noch, komm, du musst durchziehen. Zieh durch, komm schon. Ja, ich ziehe durch, aber ich habe gewonnen. Ja, okay. Komm, Ausnahmen. Okay, ja, okay, du hast gewonnen, okay. Tschüss. Fallschaden, ja. Okay, ich hoffe, du bist bereit für die erste Wenn-Ich-Du-Aufgabe wäre. War das deutsch? Nein. Ich hoffe, du bist bereit für die erste Aufgabe, wenn ich-Du-Wäre. Und zwar, wenn ich-Du-Wäre, würde ich jetzt bei der Telefon-Seelensorge anrufen und sagen, ey, dass du richtig enttäuscht bist, dass ich zuletzt Bastilleur verlassen habe. Also, dass ich gewonnen habe. Was? Aber so, dass ich das auch höre. Okay. Aber wenn die beim ersten Mal nicht rangeht, okay, ist egal. Du musst einmal probieren, mindestens. Okay, okay. Sie sind mit dem Anschluss der Telefon-Seelensorge verbunden. Unsere Mitarbeitenden sind zurzeit im Gespräch, sodass ihr Anruf jetzt leider nicht entgegen... Warte, es gibt noch eine zweite Nummer. Ich probiere noch eine zweite Nummer, okay. Okay. Okay, ich hoffe an. Wir sind mit dem Anschluss der Telefon-Seelensorge verbunden. Unsere Mitarbeitenden sind zurzeit im Gespräch, sodass ihr Anruf jetzt leider nicht entgegenommen werden kann. Okay, wir lassen das jetzt so, aber am Ende versuchst du noch einmal, am Ende des Videos, okay. Am Ende des Videos versuchst du noch einen Call, okay, damit das fair bleibt. Wir halten fest, du rufst am Ende der Runde, also beziehungsweise am Ende des Videos nochmal an, okay. Naja, okay. Und jetzt bin ich mit meiner Aufgabe dran. Schieß los, Junge. Wer hat gefragt... Wer hat gefragt... Okay, wir landen jetzt auf jeden Fall mal hier. Und wer es zuerst schafft, zwei Kills zu machen. Okay, easy. Willst du direkt aufgeben? Wollen wir direkt... Wenn ich du wäre... Also, wir können auch direkt, ne? Also, wenn du willst... Okay, wer zuerst zwei Kills schafft, der hat diese Runde gewonnen. Das müssen wir verlieren so, definitiv, auf Ansage. Das sehen wir ja jetzt. Wenn ich das verliere, schenke ich dir einen Skin aus dem Shop, okay. Uh, Ansage. Ansage. Aber andersrum auch, okay. Wenn ich zuerst gewinne, komm, tischst du mir einen Skin. Ne, du hast die Ansage rausgehauen, nicht ich. Äh, was ist das denn jetzt? Okay, komm, egal, komm, easy. Ich lande einfach bei dir. Ich glaube, der hat noch Kills. Das ist ja voll das Game dann. Ne, warum? Das hast du nicht gesagt. Warte, hast du schon einen Gegner gefunden? Ja, ich hab auch schon eine Waffe. Hast du wirklich einen Gegner schon? Ja. Hast du nicht. Lügner. Oh. Der fliegt doch hier rum, ich höre doch. Du hast verloren. Bei mir. Wo? Bei mir. Nein. Ich hab ihn. Erster Tod. Erster Tod. Let's go. Hab ich zwei gesagt? Ich hab drei gesagt. Nein, du hast zwei gesagt. Wo ist der andere? Oh, da. Da hinten. Der gehört mir. Nein, meiner. Ren. Glühmärmchen. Nein. Glühmärmchen. Nein, keine Glühmärmchen. Der gehört mir. Ja. Nein. Nein. Ich hab einen. Ja. Er soll dich finischen. Ja. Warte, heb mich auf auf Ihren Bruderbasis. Komm. 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 Geh weg. Heb mich auf. Nimm mich mit. Ein Bruder würde mich mitnehmen. Nein. Ja. Es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Ja. Okay. Komm. Eins, eins. Oh mein Gott. Du hättest ihn haben können, ne? Ja. Ich weiß. Ja. Dann machen wir die Runde jetzt nochmal. Ja. So. Selbes Prinzip. Selbe Runde. Aber diesmal. Komm. Lass Francie landen. Komm. Raus. Ich bin schon draußen. Hä? Was? Du hast Francie gesagt. Nein. Du hast Francie gesagt. Du kleine 31er. Mann. Hab einen. Hab einen. Let's go. Hab einen. Ich hab auch einen. Nein. Ja. Ich hab nur einen. Ja. Nein. Ja. Du musst mich aufheben. Ehrenlos bin ich. Finish. Einer ist finish. Noch ein Kill. Noch ein Kill. Ich hab auch einen. Nein. Bitte. Bring den um. Ja. Nein. Finishing. Du musst ihn finishen. Ja. Let's go. Ja. 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 Oh nein. Komm. Ich hole dich sogar noch auf. Da kommt einer auf dich. Der pusht dich. Pass auf. Ist tot. Let's go. Hast du drei? Ja. Zählt nicht. Ich hab nur zwei gesagt. Zählt nicht. Ich hab nur zwei gesagt. Zählt nicht. Du hast. Was? Was? Redest du? Ja. Okay. Was braucht er mich jetzt hier zu? Regelbruch. Regelbruch. Was für ein Regelbruch? Komm rein jetzt. Junge. Du hast vier Kills gemacht. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Das ist das Regelbruch. Du hast die Regelbruch. Komm. Wir fahren. Komm. Wir können doch direkt eine nächste Challenge in der S&M Runde machen. Wir können doch direkt eine nächste Challenge machen. Ja. Let's go. Was ist denn deine Aufgabe? Ja. Willst du wirklich wissen, was meine Aufgabe ist? Ja. Du rufst jetzt einen YouTube-Kollege deiner Wahl an und sagst ihm aber auf ernst, ohne zu lachen, auf richtig ernst, dass deine YouTube-Videos scheiße sind. Ey. Egal wen. Egal wen. Wirklich. Egal wen. Egal wen. Okay. Du hast gesagt, egal wen. Ja. Egal wen. Du hast gesagt, egal wen, richtig? Also man muss sich aber schon kennen wenigstens so, ne? Man muss sich schon kennen. Ich finde, man kennt ihn schon, finde ich. Warte, okay. Ruhe jetzt. Ruhe. Steig auf. Ich sag dir aber nicht wen. Ja, okay. Okay, was auch. So, ich ruf an. Aber ich weiß nicht, ob du das hörst. Ich mach mal Hautsprecher. Hallo. Hallo. Hallo, was geht's? Ich steig im Bett, bro. Was ist das? Hör, hör, hör. Also wie geht's dir? Ja, Bruder. Ich bin halt noch krank. Also es ist ganz in Ordnung halt. Aber jetzt halt nicht wirklich gut. Echt? Wie geht sonst so? Alles fit bei dir? Ja, safe. Bei dir? Dings, ich hab mir gerade deine Videos angeguckt, ne? Ja. Bruder, die sind echt scheiße. Wer hat die geschnitten? Boah, chill. What the fuck? Bruder, wer hat die geschnitten? Bro, what the fuck? Chill, was ist das los? So schlimm sind die. Okay, Spaß, Bruder. Spaß, Spaß. Sie sind geil. Das ist eine Aufgabe. Sorry, Digger. Du bist auf YouTube, okay? Ist das okay? Ja, ist okay. Du f***er, Digger. Reinschaut dich auf. Ich dachte, du meinst das ernst. Ey, Grüße geht raus an Welp. Du hast nicht gesagt, wen, Digger. Du hast nicht gesagt, wen? Ich hab gemacht. Hä? Bruder, okay. Okay, Digger. Okay, okay. Okay, Digger. Sorry. Ja, okay. Er macht so. Du hast gesagt. Ja, okay. Er ist YouTuber. Ja, okay. Soll ich ja mir anrufen? Nein, ruf doch. Du sollst einen richtigen Kollegen von dir, mit dem du schon mal so Fortnite und so aufgenommen hast. Hab ich ja mit ihm. Ich hab damit ihm Fortnite aufgenommen. Ah, Bruder. Du hast die Regeln nicht spezifiziert. Ja, aber das ist ja trotzdem. Er ist YouTuber und er ist Kollege. So, was soll ich machen? So. Ich höre jetzt an die Kommentare, ich kann, ob das zählt. Ja, Leute, schreibt mal in die Kommentare. Das zählt, oder? Das zählt. Außerdem hat er die Regeln gebrochen. Er hat vier Kids gemacht. Meine nächste Aufgabe? Ja, was ist deine nächste Aufgabe? Der, der zuerst stirbt. Nun wieder? Der zuerst stirbt, ja. Der verliert, oder was? Also komplett Finish. Also nein, sobald du genockt bist. Okay. Aber nicht campen, du musst normal spielen, das ist wichtig. Ja, ja, ich spiel ganz normal jetzt. Ja, ich hoffe. Du wirst eh keine Chance haben. Wie viel Metz hast du? 500. Ja, mach weiter. Ich habe 300. Spaß, Spaß. Komm, 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 wie Angst da hatte. Ja, wir machen das zusammen, wirklich. Hör auf, Junge. Junge, hör auf. Hör auf, wirklich. Ja, ich auch. Du machst einfach auf. Okay, ich war immer einig. Ich traue mich nicht. Ja. Du bist genockt. Da wird einer wieder geholt. Soll ich dich wiederholen? Du hast verloren, die Challenge, richtig? Du hast verloren. Aber ey, das war einfach wirklich ehrenlos. Wir haben gesagt, wir haben gesagt. Ja, aber warte mal. Du hast angefangen, ehrenlos zu sein, richtig? Junge, ich habe damit Absicht so editiert, dass du dich noch retten kannst. So ein Lügner. Guck mal in die Kamera wieder. Guck mal in die Kamera, ohne zu lachen. Okay. Erstmal holen wir die beide. Komm. Wer die zuerst holt, okay? Nein, 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 nein. Du hast schon verloren. Nein, habe ich nicht. Du kannst dich da heilen. Heil dich da. Nimm diese Gelantine hier. What? Dann kann ich mal abhauen. Hast du Auto? Wow. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Chill. Chill, du bist aber erst chill. Du hast mich umgebracht, du hast mich umgebracht, du hast mich umgebracht, du hast mich umgebracht. Tschüss. Der RPG ist tot. Das ist was? Ey, komm, hilf mir. Ein AP, tötet ihn. Okay, aber Skywes, Digga, sorry. Mach kaputt, mach kaputt. Oh, ist sowas getötet. Oh mein Gott, du hast ihn umgebracht. Du hast ihn umgebracht. Oh mein Gott. Junge, hol mich doch wieder. 27 Sekunden. Ich bin irgendwo ein Gegner, Digga. Chill. Der ist ein Noob, der ist alleine, Digga. Da hinten aber noch einer. Bro, hol mich. Der ist hier irgendwo. Der ist hier nicht, hol mich. Okay. Vorne war aber einer. Vorne war einer. Du wirst trotzdem richtig... Es leben nur noch elf, es gibt keinen Bus mehr, Bro. Hinter dir. Hier ist noch einer. Ja, aber... Ich wusste es. Mach, kann man mehr. Okay. Ah, wie OP. Sehr schön. Du schaffst es nicht mehr. Ja. Hier, siehst du? Weil ich sogar ein richtiger Ehrenmann bin. Siehst du hier? Guck, ich dich hole. Ich hab doch gesagt, du schaffst das. Hä? Hä? Hast du nicht? Ich hab's lügen. Leute, ich hab doch gerade gesagt, ich schaff das. Hä? Hab ihn. Warte, warte, warte mal auf mich. Ich muss mal kurz... Ey, kann ich mich mal kurz finden? Ich bin seit 30 Sekunden aus dem Bus. Egal, das ist... Was machst du denn? Ich weiß es nicht, wer das war. Ich hab keine Metz. Ich kann nix bauen. Ich muss... Guck mal, ey. Der ist da drüben. Wie ist das? Geht? Im Gebüsch, im Gebüsch. Direkt vor mir. Ja, mach ich. Wenn du den epischen holst... Ja. ...dann bist du nicht befreit von deiner Strafe. Hä, das ist ja voll... Voll ehrenlos. Ich bin bereit. Bereit? Ich bin bereit. Mach jetzt Kamerl mehr. Die sind abgelenkt. Was ist das für ein Mülleis? Komm, wir gehen zurück in die Lobby. Deine Aufgabe wird sein... Du magst ja sehr gerne Chips, richtig? Guck, Chips sind doch lecker. Ja. Und du magst ja auch Zahnpasta, oder? Ich frag nur so. Und du kennst doch bestimmt Nachos, wenn man so Nachos in so Käse-Dip macht. Und dann die isst. Das ist doch lecker, richtig? So mit Käse-Dip und so. Oder Salsa oder wie das heißt. Du weißt, was ich mein. Aber hast du dich jemals gefragt, wie Chips schmeckt, wenn du mit hier Zahnpasta isst? Das ist auf dem Schiff auch lecker. Aber bevor ich das teste, wollte ich gerne, dass du das zuerst testest. Also deine Aufgabe lautet, wenn nicht du wäre, würde ich jetzt einen Chips nehmen. Also wirklich nur einen so ein. Du kannst auch einen kleinen nehmen. Und da drauf einfach so Zahnpasta drauf. Hast du zufälligerweise Odul mit drei? Ich mach mal, das ist gesund, Digga. Guck mal, überleg mal. Zähne putzen und essen dabei. Wie geil ist das denn? Heule, er holt sich jetzt den Zahnpasta. Ich kann nicht mehr. Also mach ich jetzt keine Schmalspur, ne? Du musst halt wirklich so, als würdest du richtig Bock haben auf deinen Tipp. Aber ich hab schon zu den Leuten gesagt, guck mal, sie ist positiv. Guck mal, du kannst snacken und dabei deine Zähne putzen. Also, Bruder, ich hab Erfindungen gemacht. Ja? Ja, komm, ja, komm, sehr schön. Ich würd sogar sagen, das reicht, ja. Was für Chipsorte ist das erstmal? Sag mal. Bruder, das ist Paprika oder so. Bruder, mir wird das... Aber Paprika ist auch scharf. Das ist doch ekelhaft, Digga. Nein, das schmell gut, Bruder. Vertrau mir. Ich werd davon echt so kotzt, wie sagt er jetzt schon, ne? Nein, Spaß, wirst du nicht. Mach. Junge, das stinkt, das ist so süße Zahnpasta mit so Chips. Ja, aber du putzt doch jeden Tag deine Zähne. Von daher ist es doch okay. Einfach rein. Komm auf drei. Eins. Zwei. Drei. Drei. Nicht drüber nachdenken. Einfach essen. Das war gut. Komm, ist nicht so schlimm. Sag mal Geschmack. Was? Oh mein Gott! Oh, hab ich gewinnt, ja? Ja! Tschüss, tschüss! Aber ey, sag mal ehrlich, Geschmack war von 1 bis 10. Also 1 ist sehr gut. Ja, das war so wie... Diese zartfasse Geschmack mit Chips, Bruder. Das ist, Bruder, das ist schlimmer als... Das würde ich Milch mit Ketchup essen, Bruder. Ich weiß, woran das lag. Du hattest kein Urgul mit 3. Also Blendermed ist auch nicht so lecker. Aber ist nicht schlimm, du hast durchgezogen. So. Du kleiner und dreißiger, ich hätte nicht hoffst dir jetzt. Pass auf! Letzte Runde! Die letzten Aufgaben. Hoffentlich gewinne ich, dann musst du die letzte Aufgabe machen. Hm. Also ich würde so machen, die nächste Aufgabe wird lauten, wer sich zuerst was aus dem Itemshop kauft. Was? Oh mein Gott, nein! Wie? Warte mal, das zählt nicht! Ja, ich hab... Haha, ja! Haha! Ey, ich dachte in der Runde! Ich hab was gekauft. Ich hab keine Ahnung, was ich mir gekauft habe. Ich hab mir irgendeine Spitzhack gekauft und sag irgendwas! Junge! Das ist so riesig! Ja, dann weißt du, was ich sagen würde, was meine Bestrafung auch direkt ist? Was würdest du davon halten, wenn du jetzt rausgehst und dein Epic Games Name änderst? Nein, Bro, das kann ich nicht machen. Doch! Nein, Bro, Brexit, den krieg ich nie wieder, Digga! Kann ich nicht machen, Bro, das kannst du mir nicht antun, bitte! Egal was anderes, bitte! Das kann ich nicht machen! Muss ich wirklich machen! Du musst, ja? Nein! Ich krieg den nie wieder! Ich krieg den nie wieder! Du lach, du lach! Du lach! Du lach! Du lach! Du lach! Du lach! Ja schon! Ich nenne meinen Namen! Ich nenne mich Saftpresse 3... Saftpresse? Dann die Saftpresse! Presser! Saftpresse! 2, 1, 3! Ja! Keiner! 31er! Saftpresse! 2, 1, 3! Digga! Nein! Zwei Wochen lang heißt die Saftpresse! 2, 1, 3! Das ist doch geil! Ich mach's! Ich mach's! Komm, mach! Zieh durch! Oh mein Gott, ich hab's geändert! No, no, no! Ja! Saftpresse! 2, 1, 3! Ich geh in Fortnite dran! Bei mir heisst immer noch Braxys! Nein, ich heisst Saftpresse 2, 1, 3! Wirklich! Bei mir heisst immer noch Braxys! Dann musst du noch starten und nicht ich! Ich heisst Saftpresse 2, 1, 3! Ich höre, du heisst Saftpresse! Ich höre, du heisst Saftpresse! Was? Oder? Hier! Danke für nix, Digga! Hier! 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 So! Saftpresse 2, 1, 3! Ja! Ist jetzt dran mit der nächsten Aufgabe, richtig? Ja! Schieß los! Was ist die nächste Aufgabe? Komm! Schieß los! Die nächste Aufgabe ist, wer zuerst einen Fisch angelt, hat die Runde gewonnen! Komm schon! Komm schon! Beiß an! Beiß an! Beiß an! Beiß doch an! Junge, der beißt nicht an! Oh nein! Geh weg von mir! Bruder, Bruder, bitte geh weg! Geh weg! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Der schießt dann auf mich! Ich bin tot! Nein! Angel doch ein! Chill! Oh mein Gott! Der bringt dich um! Der wird dich umbringen! Ja! Bring ihn um! Nein! Nein! Wenn du jetzt einen angelst! Du gehst weg! Das gibt's doch nicht! Ja! Nein! Komm schon! Ja! Ist da ein Angelspot? Oh mein Gott! Komm schon! Er ist bei einem Angelspot! Komm schon! Nein! Ich bin so ein Losti! Aber da kommt kein Fisch raus! Ja! Jetzt! Nein! Hä? Du weißt nicht an! Du musst... Dann hol den doch wieder raus! Wieso helfe ich dir gerade? Hä? Wie angelt man? Wie funktioniert das? Ja! Muss man das drücken? Nein! Der hat angebissen! Wenn der die Angel nach unten zieht, kannst du rausziehen! Okay! Da! Der hat doch nach unten gezogen, Junge! Digga, du bist der einzige Junge, der nicht angeln kann! Du hast ihn! Du hast ihn! Ja! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Digga, der Typ kann nicht mal angeln! Okay! Ja, nächste Aufgabe! Ja! Sag mir deine nächste Aufgabe! Die letzte Aufgabe! Los! Oh mein Gott! Bist du bereit? Ja! Bist du bereit? Ja! Wie soll ich sagen? Ein Bild von dir schickst und ich muss das dann bewerten, Bruder! Du schickst jetzt... Aber du darfst das nicht zeigen, ne? Ja! Ich weiß! Aber ich dachte, du musst dir eins schicken! Digga, dann bist du der... Einer der wenigen, der weiß, wie ich aussehe, Mann! Ja! Let's go! Okay! Ich mach, ich mach! Hä? Aber dann... Hä? Heavy! Okay! Ja, für die Leute musst du beschreiben, wie ich aussehe! Ja, okay! Okay! Oha! Okay! Hast du's bekommen? Ich hab mein Foto bekommen! Ich hab's noch nicht geöffnet! Warum warst du so komisch? Ja, komm! Bewerte! Warte! Ich will jetzt erst dein Gesicht im OBS sehen! Ich will dich erst mal sehen! Ich kann's doch eh mein Gesicht im OBS sehen! Okay, ich schau jetzt drauf, okay? Ja! Drei! Zwei! Eins! Sag! Bewerte! Du musst bewerten! Du musst bewerten! Du musst bewerten! Bewerte von 1 bis 10! Du musst... Bewerte jetzt! Du hast gesagt, okay! Bewerte! Eins bis 10? Eins bis 10! Lass es die Leute wissen! Eine Elf, Bruder! Freunde, das war's mit dem Video Lasst auf jeden Fall ein Like da Checkt Lumi ab, Link ist in der Videobeschreibung Und ganz wichtig, schreibt mir ganz viele Wenn ich du wäre Aufgaben Weil vielleicht machen wir das nochmal Einfach unten in die Kommentare Und ja, bis zum nächsten Mal Ciao Ciao